Bei Fallout 76 handelt es sich um einen Online-Survival-Titel, der in einer postapokalyptischen Zeit spielt. Ein MMO ist es aber nicht. Fallout 76 wird zeitlich gesehen vor den anderen Teilen spielen. Außerdem wird die Spielewelt viermal größer sein als in Fallout 4, so das Versprechen der Macher. Fallout 76 soll zudem noch in diesem Jahr erscheinen, und zwar am 14. November für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One. Bethesda hat zudem einen neuen Teil der Elder Scrolls-Reihe vorgestellt. Sieben Jahre ist es nun bereits her, dass der letzte Teil erschien. Mehr als einen kurzen Teaser hat der Spieleentwickler allerdings noch nicht gezeigt. Detaillierte Infos, Mangelware, auch wann das Spiel erscheint und worum es ganz genau geht, ist noch völlig offen. Ein bisschen mehr Infos gibt es allerdings zum frisch angekündigten Doom Eternal. Es soll doppelt so viele Dämonen wie im letzten Teil haben, und die Handlung spielt auf der Erde und nicht auf dem Mars. Ein Release-Termin, auch hier Fehlanzeige. 2019 soll der Koop-Shooter Wolfenstein Youngblood in den Regalen stehen. In einer alternativen Realität in 1980 spielen wir BJs Zwillingstöchter und kämpfen erneut gegen das Regime. Bethesda hat auch eine ganz neue Marke angekündigt. Starfield ist ein Sci-Fi-Rollen-Solo-Abenteuer. Der Spielhersteller ließ durchblicken, dass bis zu einer Veröffentlichung allerdings noch einige Jahre ins Land streichen, möglicherweise sogar bis zu einer neuen Hardware-Generation gewartet werden müsse.